Ich bin Michi Höfer, ich bin Cheftrainer vom LCR Abbezviljona und ich zeige den Jungs von euch heute eine Einführung im Stabhochsprung. Wir fangen ganz einfach an mit ein paar Übungen an, wo man einfach nur mit dem Stab kontrolliert rennt oder joggt. Denn das ist ja beim Anlauf schlussendlich das Wichtigste, dass man immer dort vorne gleichmässig anläuft und den Kasten trifft. Und dann, wenn man das trifft, muss man auch noch möglichst schnell sein. Und das ist schon mal der erste Teil, der sehr wichtig ist. Hand immer neben der Hüfte, immer auf durchschauen. Musik 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 Jetzt haben wir das Anlauf ein wenig geübt. Jetzt müssen wir noch das Gefühl vom Stabspringen rüberkommen. Jetzt machen wir es so, dass wir neben dem Stab stehen und so hoch oben halten mit der rechten Hand, wie wir raufkommen. Und dann hier bleiben. Wir verändern es nicht, wir gehen nicht ganz hinten. Und jetzt haben wir gesagt, ich zeige es in die Richtung. Wenn ich mit links springe, ist die rechte Hand oben. Und wichtig, ich muss nachher auf dieser Seite der oberen Hand am Stab vorbei. Also wir müssen rechts vom Stab vorbei springen. Zeige nochmal. So einstecken, mit links abspringen und auf der rechten Seite vom Stab müssen wir vorbei. Genau. So wie links vorbei rudern vom Gefühl her. Ja. Genau. Musik Ja, genau. Ja, jetzt war es richtig. Musik 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 Also. Wir versuchen auf die Anlage zu springen. Ähm, anders als vorher starten wir einfach mit dem Stab auf der Schulter. Dann müssen wir uns nur noch so strecken und der Vorderteil ist schon am Boden und wir treffen sicher. Wir haben eh noch nicht so viel Anläufe, dass wir da grosse Zeit haben, um einen richtig senken. Jetzt probiere ich eigentlich mit 3-4 Schritten, wir können dann genau mit dem linken Fuss dort hinzukommen. Und dann mache ich einen Weitsprung, du dran vorbeirudern wie vorher und du einfach auf der Matte sitzend landen. Ich probiere erst schnell zu zeigen. Also. Auf der Schulter und nachher so reinspringen und einfach Weitsprung machen. Musik Musik Genau. Gut. Hier geht es jetzt. Gäner. Und nochmal auf. Auf der Schulter. Gäner. Es geht jetzt. Vorne, oben, rechts! Ihr macht einen Weitsprung, hebt hoch und probiert euch noch dort drüber zu mögeln. Jetzt muss ich während des Fluges meine Beine nach vorne oben strecken. Das, was wir vorhin gemacht haben, kann ich ganz leicht nach oben machen. Und vielleicht kann ich auch schon versuchen, mich so zu drehen im zweiten Teil des Fluges. Also nicht so fertig zu ziehen, sondern so zu ziehen. Eigentlich machen sie ja, dass die Schnur hier drüber ist. Aber wir sind noch nicht so hoch, das heisst, es ist nicht unbedingt nötig. Hauptsache Schwung und Beine müssen drüber und dann haben wir es vielleicht schon geschafft. Ja, schön! Ja Michi, die Leica-Spieler, wie haben sie sich geschlagen? Es war gut, es war etwa so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie haben sich Mühe gegeben, gut mitgemacht. Wir sind stufenweise vorwärts gekommen und dann ein wenig vom Regen ausgebremst worden. Aber vorher waren wir auf gutem Weg. Ja, ich habe es interessant gefunden, mal etwas Neues gesehen. Auch mal, wie viel eigentlich da dahinter steckt. Aber wenn man es nur im Fernsehen sieht, denkt man sich manchmal vielleicht einfach, aber ist es in diesem Fall nicht gewesen heute. Und was ist denn schwierig gewesen? Ja, ich habe auch in die Höhe gekommen und der Absprung, der richtig die Schritte läuft, dass du genau mit dem linken Bein abkumpen kannst und auch mit dem Tempel herkommst. Sind die Höhen und Sphären von Sergej Bubka gekommen, an was müssen sie arbeiten? Ja, einfach noch Tausende von Wiederholungen und immer geht es dann etwas höher. Am Anfang kommt man am schnellsten vorwärts und dann wird es dann immer schwieriger. Aber einfach weitermachen.